Ich denke, Orkun ist der Spieler. Wir waren schon lange in Kontakt, besonders als wir wussten, dass wir zu Enzo verlieren. Es war nicht möglich, diesen Transfer in der Winterzeit zu machen, aber wir waren schon in Kontakt. Ich bin sehr froh, dass er nach Benfica entschieden hat. Ich denke, das ist ein tolles Schritt für ihn. Vielleicht ist es ein perfektes Schritt. Ich denke, es ist auch sehr gut für uns, weil er bereits in der Preseason gezeigt hat, dass er ein sehr guter Spieler ist. Er hat etwas Besonderes im Spiel, im Spiel zu sehen, im Spiel zu sein, im Spiel zu führen, im Spiel zu führen, im Spiel zu führen, im Spiel zu machen, im Spiel zu machen, im Spiel zu machen. Ich denke, er ist ein sehr guter Spieler. Er gibt uns mehr Möglichkeiten. Er hat sich entschieden, zurück zu Benfica. Ich denke, er hat viele andere Möglichkeiten. Er hat andere Möglichkeiten, aber er hat sich größer, aber er ist ein wichtiges Thema. um Benfica zu spielen, um zu spielen, um diese Klub zu spielen. Ich denke, er hat sich bereits darüber nachdenkt, dass er sehr spezielle ist. Ich habe ihn seit drei Wochen kennen, weil ich ihn als Spieler der Trainer des Spiels ausgelassen. Aber nicht persönlich. Auch was er zeigt, in der Training zu machen, das ist es nicht nur die Qualität. Wir alle wussten, dass er ein guter Spieler ist, aber auch, wie er sehr schnell in die Team integriert hat. Wie viel Spaß hat er für Fußball zu spielen, wie viel seine Motivation ist, um sich in der Top-Kondition zu arbeiten. Ich freue mich sehr, dass er ein großer Wunsch für Benfica. Es ist noch eine Frage, ob er wirklich bleibt für die nächste Saison. Wenn ich wähle, dann würde ich ihn behalten. Aber ich bin auch realistisch. Wir müssen uns vorbereiten, dass wenn jemand kommt und er will, dass Benfica für den Klub verlassen, dann ist alles okay mit den Konditionen. Dann müssen wir natürlich akzeptieren, dass wir vielleicht einen Spieler verlieren. Der Transfer window ist noch offen. Es gibt eine Guaranty für solche Dinge. Wenn der Transfer window öffnet, gibt es keine Guaranty. Es sind wöge, erzurent. Wir sagen uns, wenn das Video-Anklinische Mal hin zu besterigen.